Ein Geräusch an der Tür lässt mich aufspringen. Ein Geschöpf mit langen, kastanienbraunen Haaren, blassen Armen und Beinen und braunen Stiefeln stolpert mit dem Kopf voran in mein Büro. Ich verberge meinen Ärger über so viel Ungeschicklichkeit, eile zu der jungen Frau, die auf Händen und Knien auf dem Boden gelandet ist, und helfe ihr auf. Als ihre klaren, strahlend blauen Augen mich verlegen anblicken, stutze ich. Sie haben eine höchst ungewöhnliche Farbe, taubenblau, und einen Moment habe ich das Gefühl, dass sie in mein Innerstes sehen kann. Ich fühle mich nackt. Der Gedanke ist beklemmend, also schiebe ich ihn sofort beiseite. Ihr kleines, hübsches Gesicht wird rot. Kurz überlege ich, ob ihre Haut überall so ist, makellos, und wie sie nach einem Stockschlag aussehen würde. »Himmel«, ich klopfe mir innerlich auf die Finger. »Was zum Teufel denkst du da, Grey?« »Die Kleine ist viel zu jung für dich. Sie sieht mich mit großen Augen an.« »Baby, es ist nur ein hübsches Gesicht, die Schönheit rein oberflächlich.« »Am liebsten würde ich ihr den offenen, bewundernden Blick aus diesen großen, blauen Augen wischen.« »Showtime, Grey. Gönn dir ein bisschen Spaß.« »Miss Kevener, ich bin Christian Grey. Alles in Ordnung? Möchten Sie sich setzen?« »Wieder wird sie rot. Ich mustere sie genauer. Sie ist auf unbeholfene Weise attraktiv. Zierlicher Körper, blasser Haut, kastanienbraune Mähne, durch das Haarband kaum gebändigt. Eine Brünette.« »Ja, sie ist attraktiv.« »Ich strecke ihr die Hand hin, und sie stammelt verlegen eine Entschuldigung. Ihre Haut ist kühl und weich, ihr Händedruck erstaunlich fest.« »Miss Kevener ist indisponiert und hat mich geschickt. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, Mr. Grey.« Ihre melodische Stimme klingt zögern, sie blinzelt. Mir fallen ihre langen Wimpern auf. Unfähig, meine Belustigung über ihren alles andere als eleganten Auftritt zu verbergen, frage ich sie, wer sie ist. »Anastasia Steele. Ich studiere mit Kate. Catherine. Miss Kevener. Englische Literatur an der Washington State University in Vancouver.« »Ein nervöser, schüchterner Bücherwurm. Ja, sie sieht ganz so aus mit dem unförmigen Pullover, unter dem sie ihren zierlichen Körper verbirgt, mit dem braunen Rock und den bequemen Schuhen.« »Mann, hat sie denn keinen Geschmack?« »Sie sieht sich nervös in meinem Büro um und weicht meinem Blick aus, registriere ich belustigt.« »Wie kann diese junge Frau Journalistin sein? Sie hat keinerlei Durchsetzungsvermögen, ist auf charmante Weise aufgeregt und sanft. Unterwürfig.« Kopfschüttelnd über meine ungehörigen Gedanken biete ich ihr einen Platz an. Dabei fällt mir auf, wie sie die Gemälde in meinem Büro betrachtet. Ehe ich mich stoppen kann, erkläre ich »Ein örtlicher Künstler. Troughton.« »Toll. Sie verwandeln das Gewöhnliche in etwas Außergewöhnliches,« stellt sie verträumt fest. »Sie hat ein feines Profil. Himmelfahrtsnase und weiche, volle Lippen. Und ihre Worte könnten von mir stammen.« »Sie verwandeln das Gewöhnliche in etwas Außergewöhnliches.« Eine kluge Bemerkung. Miss Steele scheint intelligent zu sein. Als ich ihr beipflichte, steigt ihr wieder die Röte ins Gesicht. Ich setze mich ihr gegenüber hin und versuche, meine Fantasie zu zügeln. Sie fischt einen zerknitterten Zettel und einen Kassettenrekorder aus ihrem Rucksack. Gott, mit ihren zwei linken Händen lässt sie das verdammte Ding zweimal auf meinen Bauhaustisch fallen. Sie scheint noch nie jemanden interviewt zu haben. Aus unerfindlichen Gründen amüsiert mich das. Normalerweise nervt mich Ungeschicklichkeit total, doch jetzt verberge ich mein Schmunzeln hinter meinem Zeigefinger und widerstehe dem Drang, das Ding für sie aufzustellen. Als sie immer nervöser wird, kommt mir der Gedanke, ihr mit einer Reitgärte auf die Sprünge zu helfen. Geschickt eingesetzt lässt sich damit auch der hektischste Mensch beruhigen. Die Vorstellung lässt mich auf dem Stuhl hin und her rutschen. Sie sieht mich an und kaut auf ihrer vollen Unterlippe. Verdammt, wieso ist mir dieser Mund noch nicht aufgefallen? Tut mir leid, ich mach das nicht so oft. Das seh ich, Baby, aber im Moment ist mir das scheißegal, weil ich immer zu deinem Mund anstarren muss. Lassen Sie sich Zeit, Miss Steele. Ich brauche selbst eine Weile, um meine Gedanken zu zügeln. Cray reiß dich am Riemen. Ich brauche selbst eine Weile, um meine Gedanken zu zügeln. Ich brauche etwas, keine Duack-Bereich zu lassen. Ich trage mich an das, was ich, Baby. Ich trage mich an, um meine Gedanken zu zügeln. Ich brauche selbst ein paar Menschen ver Natur, wenn ich mir meine Gedanken, Uffeltein, wie ich mich an, um meine Gedanken zu mir. Ich brauche Sie, dass du nicht verklemmen, wie ich so oft neige, ich habe dir das nicht. Ich denke, wenn meine Gedanken zu mir wird, ihr euch ein paar Gedanken, ich habe sie zu verklemmen. Ich werde das nicht nur Proteste, sie mich haben will. Vielen Dank.